Mainz hat den BVB mit 3 zu 0 bezwungen und was war das bitte für eine peinliche Leistung für einen Champions League Finalisten. So wenig Aggressivität, so wenig Tempo und Kreativität, das hätte ich auch von einer B-Mannschaft so nicht erwartet. Und das darf man auch nicht erwarten, denn ganz ehrlich, ich kann schon Leute verstehen, die hier von Wettbewerbsverzerrung sprechen. Klar, das ist natürlich ein bisschen hochgegriffen, ich glaube nicht, dass der BVB hier unbedingt was an Mainz verschenken wollte, aber das war wirklich einfach nur bodenlos. Immerhin war es ja auch so, dass Leipzig am Nachmittag zuvor mit dem 1 zu 1 gegen Werder Bremen gepatzt hat, sodass Borussia Dortmund hier die Chance hatte, nochmal um einen Punkt ranzurücken, um dann am kommenden Spieltag vielleicht doch noch Vierter zu werden. Und das wäre doch eigentlich schon eine ziemlich große Motivation gewesen, meiner Meinung nach. Aber was wir hier mentalitätstechnisch von der zweiten Garde gesehen haben, das war einfach nur schwach. Am Ende waren das verschwendete Punkte, gefühlt war die erste Halbzeit, um es jetzt mal kurz zu machen, wie als wenn man gegen eine FIFA KI auf Amateur spielen würde. Ich würde dafür auch noch nicht mal die Rotation verantwortlich machen, denn wenn wir jetzt mal eine Woche zurückdenken, hat man auch da mit einer Vollrotation 5 zu 1 gegen Augsburg gewinnen können. Und im Grunde ist ja auch klar, dass man das einfach auch deswegen machen musste, weil man ja auch unter der Woche ein sehr schweres Spiel hatte und dass man da dann diesen ganzen Spielern eine Pause gönnt, ist nicht ungewöhnlich. Real Madrid hat ja dasselbe beispielsweise gemacht und ich denke auch andere Mannschaften hätten da ähnlich gehandelt. Trotzdem ist das keine Entschuldigung dafür, hier die wahrscheinlich schlechteste Halbzeit, gefühlt schlechteste Halbzeit der gesamten Saison abzuliefern. Klar, du kannst mit einer B-Mannschaft nach einer harten Champions League Woche verlieren oder unentschieden spielen. Auch gegen ein Team, welches gegen den Abstieg spielt, weil es da auch noch um verdammt viel im Tabellenkeller geht. Das kann passieren, aber mir geht es hier vor allem um die Art und Weise, dass man nicht wenigstens auch mit der zweiten Garde versucht hat, alles für einen fairen Wettbewerb zu tun. Das ist einfach nur beschämt. Wir sprechen hier immerhin noch von einem Verein, der im Champions League Finale steht. Da kann man erwarten, dass auch die Zweitbesetzung die Euphorie mitnimmt, beziehungsweise sich zeigen will, um sich nochmal für das ganz große Ziel zu empfehlen und sei es nur für eine Einwechslung. Schade finde ich auch, dass man die mitgereisten Fans ganz klar enttäuscht hat. Die zahlen immerhin auch eine ganze Menge Geld dafür, ihren Verein auswärts zu unterstützen und wollen dafür zumindest mal auch ein bisschen Leidenschaft geboten bekommen. Außerdem hat man ja auch die Kölner völlig im Stich gelassen, die ja am Nachmittag nach einem 0 zu 2 Rückstand noch 3 zu 2 gegen Union Berlin gespielt haben. Die Fanfreundschaft wird die Spieler wahrscheinlich kaum interessieren. Da braucht man nicht großartig drum rum zu reden, aber als BVB-Fan schämt man sich dann natürlich für so eine geisteskrank schwache Leistung. Wird dieses Spiel Einfluss aufs Finale haben? Natürlich nicht. Genauso wenig, wie die 1 zu 4 Niederlage gegen Leipzig es getan hat vor dem Spiel gegen Paris Saint-Germain. Aber es ist maximal traurig zu sehen, dass die Motivation in der Bundesliga offensichtlich am Tiefpunkt angekommen ist, beziehungsweise ziemlich heftig schwankt. Klar, man hat weder was zu gewinnen, noch zu verlieren. So sieht die Lage bei einem selber aus. Ob man jetzt Fünfter oder Vierter wird, das ist in der Endabrechnung dadurch, dass man schon sicher für die Champions League qualifiziert ist, egal. Aber trotzdem hat man hier einen Verein zu repräsentieren. Der Liga einen fairen Wettbewerb zu liefern und wie ich schon gesagt habe, den Fans eben auch. Hummels sagt ja eigentlich vor der Partie, beziehungsweise nach der Partie gegen PSG, dass man Mainz dasselbe liefern möchte, wie sie es in der vergangenen Saison gegen den BVB auch getan haben. Normalerweise hätte man da sogar noch angestachelt oder sich ein Beispiel daran nehmen müssen. Doch was man hier abgeliefert hat, und ich weiß, das sage ich jetzt schon zum dritten Mal in diesem Video, war einfach nur peinlich. Du kannst ja auch im Grunde keinen einzigen Spieler auch nur im Ansatz positiv hervorheben. Nicht mal ein bisschen. Gerade in den ersten 20, 25 Minuten wurde der BVB regelrecht schwindelig gespielt. Wie kann Barrero beispielsweise beim 1 zu 0 am Elfmeterpunkt so freistehen? Der Fehlpass von Alex Meyer im Aufbau vor dem 2 zu 0. Was zur Hölle, er spielt einfach an der Strafraumgrenze den Ball quasi direkt in die Füße von Lee. Gut, jetzt will ich Alex Meyer hier noch den kleinsten Vorwurf machen, weil der Torhüter ist am Ende die ärmste Sau. Und dass er nach all seinen guten Leistungen auch mal einen schlechten Tag haben kann, das passiert noch. Aber dass du hier in knapp elf Minuten drei Gegentore kassierst, von der 12. bis zur 23. Das kannst du keinen erzählen. Und auch wenn es dann in der zweiten Halbzeit durch die Einwechslungen von Ian Marzen, Sancho und Brandt besser wurde. Aber insgesamt kam nach vorne trotzdem zu wenig. Die beste Aktion, die man hatte, war im Grunde das Abseits-Tor, das knappe Abseits-Tor von Yusufa Moukoko. Ansonsten gab es wirklich nur sehr, sehr wenig Strafraum-Szenen in der zweiten Hälfte. Mainz hätte zu Beginn sogar noch eher auf 4 zu 0 stellen können. Und wenn man sich auch mal die Statistiken reinzieht, abgesehen von Ballbesitz und der besseren Passquote, ist Mainz einfach mal 7 Kilometer mehr gelaufen. Man hat 43 Sprints mehr gezogen als der BVB, 6 zu 0 Großchancen, sowohl am Boden als auch in der Luft mehr gewonnene Zweikämpfe. Über den XG-Wert wollen wir gar nicht ersprechen und da kann es einfach nicht sein, dass du als Borussia Dortmund, selbst mit einer solchen Rotation, und ich meine, auch wenn man hier wieder zehn Spieler ausgetauscht hat, ist das immer noch eine Mannschaft, die in der Lage sein muss, Mainz einen besseren Kampf abzuliefern. Und ich finde das Ganze einfach nur so schade, weil man ja auch angekündigt hatte, dass man die letzten beiden Spiele als Vorbereitung für Wembley nimmt, dass man hier auf jeden Fall mit zwei Siegen in das Endspiel gehen will, aber gesehen haben wir jetzt an diesem Wochenende überhaupt nichts davon. Das einzig Positive, was man hier noch ansatzweise mitnehmen kann, ist, dass der 1. FC Köln jetzt deswegen noch nicht abgestiegen ist, das wäre nämlich echt extrem bitter gewesen. Klar, die müssen vor ihrer eigenen Haustür kehren und die Saison war so schlecht, dass der Abstieg jetzt nicht unverdient wäre, das muss man einfach so sagen. Trotzdem hätte es sich einfach falsch angefühlt, aber dadurch, dass der FC drei Punkte hinter Union Berlin steht und die Tordifferenz nicht weit voneinander entfernt ist, da ist es noch realistisch, am letzten Spieltag das Wunder zu schaffen. Und da sprechen wir ja auch von Duellen, wo es für die Mannschaften auf dem Platz noch um was geht, denn Union spielt zu Hause gegen Freiburg, Freiburg will ja Europäisch spielen, Union Berlin will die Klasse halten und Köln muss es dann in Heidenheim richten und einen Sieg hätten sie ja so oder so gebraucht. Aber das Ganze ist natürlich nochmal ungemein schwerer dadurch geworden, dass der BVB sich hier so doof angestellt hat. Aber gut, am Ende kann man sich als Fan, auch wenn man natürlich überhaupt nichts dafür kann, sich nur dafür entschuldigen. Bleibt dabei, dass es nicht an der Startaufstellung lag, das muss man nach so einem Spiel machen, was man vorher in der Woche hatte. Aber die Leistungsbereitschaft kann man damit auf gar keinen Fall entschuldigen. Ich verstehe außerdem auch gar nicht, warum man hier nicht diese Wettbewerbssituation mitgenommen hat. Was ja auch nicht schaden kann zur Vorbereitung, nur mal so nebenbei. Und von der Sympathie, die man hier auch wieder verspielt, nachdem man sich diese jetzt zuletzt wieder so stark erarbeitet hat, da will ich gar nicht erst anfangen. Generell ist der BVB ja wirklich grandios da drin, sich gute Ergebnisse, er spielte Sympathie, er spielte Euphorie, innerhalb kürzester Zeit schnell wieder selbst mit dem Hintern einzureißen. Es ist unglaublich und ein Spruch vom Kommentator in der 58. Minute sagt da im Grunde genommen alles. Na guck mal, Dortmund spielt Fußball, sie gehen jetzt mal in die Zweikämpfe. Und ich denke mit diesen Worten kann man das Fazit zum Spiel auch optimal beenden. In der Endcard findet ihr jetzt wie immer noch meine neuesten Videos. Schaut da gerne mal vorbei, lasst ein bisschen Liebe da. Wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, wisst ihr was zu tun ist. Und in dem Sinne Freunde, ihr wisst Bescheid. Macht's wie immer besser, denn allzu viel schlechter als das, was wir gestern gesehen haben, geht es ja offensichtlich nicht mehr. Aber wie auch immer Freunde, wir bleiben alle natürlich weiterhin am Ball.